Oh yeah! Und das Projekt abgebrochen habe, weil Tonqualität zu schlecht und alles. Und da dachte ich, okay, kommt pünktlich zum Einjährigen, zockst du wieder. Superfrog. Dieses Mal allerdings die originale Amiga-Version. Und ich würde einfach mal sagen, bevor wir hier lange weiter schwafeln, legen wir direkt los. So, was können wir denn hier schönes machen? Optionen. Machen wir uns noch ein paar Leben hier. So, Moment, ich wollte noch den Modus auf easy, denn ich möchte das ganz gerne mit euch ein bisschen, ja, gechillt durchzocken. Deswegen sage ich auch vorweg, dass ich einen Trainer benutze. Das heißt, wir haben unendlich viel Zeit, wir haben unendlich viel Lebensenergie, wir haben unendlich viele Leben. Gut, die unendlich vielen Leben, naja, gut, okay, die werden wir schon brauchen. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Loading Magic Worlds. Boah, ist das putzig mit den Bienen, ich finde das so cool. Make your way through the magic woods and find the location of the golden key. Okay, also machen wir uns auf den Weg durch die magischen Wälder und finden den Ort des goldenen Schlüssels. Fünf Welten hat das Spiel. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, come on Superfrog, come on. Da, 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 da. So, wir müssen auf jeden Fall hier jede Menge Obst einsammeln. Wir müssen Münzen einsammeln. Wir müssen dieses R einsammeln, wofür dieses R auch immer ist. Könnte Reserveenergie sein oder weiß der Diable. So, wollen wir uns jetzt nicht unbedingt von diesen... Wir seht schon rechts oben, die Zeit läuft nicht weiter. Ach, ich liebe es, ich liebe es. Also, ähm, nichts gegen Superfrog HD auf Steam. Ähm, für mich als absoluter Retro-Fan gibt es nichts besseres als eben diese Version, diese Amiga-Version. Einfach nur herrlich, einfach nur herrlich. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Bouncing Ball eingesammelt. Mit dem können wir dann ein bisschen herumbouncen. Hehehehe. So, und können damit lästige Viecher... Hier sollte man vielleicht nicht drauf springen, aber auf die können wir. Haha, babam. So. Au, bloß nicht in die Stachel laufen. So. Ja, ihr merkt schon, mein Kommentarsteer hat sich zu damals, also im Laufe eines ganzen Jahres total verändert. Da, da, da. Ich bin auf jeden Fall viel offener und selbstsicherer geworden. Und das auch dank euch, meine treuen Fans. Und, ähm, es macht mir nach wie vor immer noch riesig viel Spaß, für euch zu zocken, mit euch zu zocken. Boah. Einfach schön. Ich bin so riesig drauf gefreut, mal wieder Superfrog zu zocken. Und dem noch die richtige Version. Haha. Also, ja. Richtig ist relativ. Richtig ist relativ. Übrigens können uns Pika auf jeden Fall was anhaben, denn ich habe die Kollision nicht abgestellt. So. Kollision bedeutet, wir könnten durch alles durchlaufen. So. 23 Münzen müssen wir uns noch einsammeln. 22, 21. Woooo. Superfrog. So. Ist hier ein Bonus? Ist hier ein Bonus? Na komm. Jetzt habe ich noch was. Komm. Nix. Nix da. Verdammt. Naja, man kann ja auch nicht alles haben. So. Äh. Oh ja, wir können es exit. Na, wunderbärchen. Well done. Well done. Well done. Complete. Superbonus award. So. Ohhhh. Komm, wir wollen die verzocken. Hehehe. Dum 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 dum. Ach ja, ach ja. Schauen wir mal. Ladezeiten. Sind Wartezeiten. So. Jetzt haben wir hier ein Spielautomaten. Machen wir mal start. Schauen wir mal, ob wir uns irgendwelche extra leben oder weiß der Kuckuck auch immer erspielen können. Dum 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 dum. Wie das ganze hier funktioniert, weiß ich leider nicht. Hehehe. Es ist wie gesagt schon verdammt lange her. Boah. Aber richtig lange. Lass mich nicht irren, 1992 ist das Spiel erschienen. Zum ersten Mal gezockt habe ich das wohl 1993 im Dreh. Okay. Ja. Was kommt hin? Dum 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 dum. Ich verstehe das ganze hier nicht so wirklich. Aber naja. Schauen wir mal. So. Ja, wir wollen keinen 100% Run machen. Dum 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 dum. Aber wir wollen es durchspielen. Hm? Ja. Das versuchen wir einfach mal zusammen. Superfrogs Progress. Superfrogs Fortschritt. Dum 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 dum. Den guten Superfrogs sieht ihr ja auch immer meinen Kanal Banner. So. Gibt es denn hier irgendwas? Ah. Guck mal. Werden wir jetzt getroffen werden? Es ist jetzt nicht so tragisch, da wir wie gesagt keine Energie verlieren. So. Können wir hier lang? Hier können wir lang. Wunderbärchen. So. Wir haben immer noch unser Block. 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 Weg wieder Biene. Juhu. Du 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 du. Wobei das Projekt. Ich bin ehrlich. Das Projekt wäre fast ins Wasser gefallen. Ja. Kleinere Probleme mit dem Emulator, die ich aber noch ausbiegeln konnte. Komm schon. So. Da 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 da. Komm man hier durch? Ja hier kann man durch. Wunderbar. Ja es gibt auch immer sehr viele Secrets die man finden kann. Vielleicht sogar auch finden muss. So heißt nämlich doch lieber das andere, den anderen Control Stick ist doch besser als das Steuerkreuz. Irgendwie hat man sich jetzt über die Jahre zu sehr daran gewöhnt. So. Du 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 du. Na. Hallo. 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 Mein ich doch. So wo geht es denn hier hin? Schau mal. Bleinsch ab. Dong. Da. Aber Moment. Da könnte doch was sein. Ne das sah doch so verdächtig aus. Gut. So. Ach hier geht es schon zum Exit. Alles klar. Wir brauchen aber noch 27 Coins. Schauen wir mal, dass wir die finden. Na. Super Froggy. Na. Hier nicht lang. Okay. Hier rein. Ne. Okay. Jetzt müssen wir noch mal schauen wo wir hier lang kommen. Hier oben haben wir doch auch schon. Okay. Ja wie wir haben ja alle Zeit der Welt. Und da müssen wir uns gar keinen Stress machen. So. Genau deswegen habe ich mich ja für die eingefrorene Zeit entschieden. Denn wenn ihr mein erstes Super Frog Let's Play gesehen habt. Dann wird euch aufgefallen sein, dass mir hin und wieder mal ganz schön die Zeit ausging. Und jetzt habe ich nur mal die Möglichkeit etwas so ein bisschen zu verändern. So. Nein. Ich habe die Gelegenheit einfach nur genutzt. Hä? Wo jetzt lang? Moment. Froggy. Gut. Dann gehen wir jetzt doch mal hier lang. Achso. Ich dachte der Ausgang der Cam direkt. Was ist eigentlich diese Flasche? Hm. Weißt der Geier? Oder weiß er nicht? Ganz egal. Super Frog weiß es nicht. So. Tada. Ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit in dem ersten Let's Play von Obst gefaselt habe. Oh weia. Mir fällt ja so die Pforte. Ja. Ich hatte ja gar nicht so die. Gut. Erfahrung habe ich jetzt immer noch nicht. Doch. Klar. Sicherlich. Sicherlich. man entwickelt sich ja weiter. Ein Jahr. Immerhin. Ein Jahr Retro Basti ist schon mal eine Hausnummer würde ich sagen. Und ihr seid mir schon ein Jahr treu. Na die meisten von euch. So. So. Ähm. Übrigens könnt ihr mir ja auch wenn ihr mal irgendwelche Retro Wünsche habt. Könnt ihr mir die mal in die Kommentare posten. Hm. Also Retro Games. Oder eben wie euch Super Frog gefällt. Kennt ihr Super Frog? Gehört ja auch zum alten Eisenbeikel. Ah. Da hat es uns gepickt. Schade da. Das passiert wenn man auf spitze Sachen tritt. Da macht es nämlich Aua. Hm. So. Hier lang aber. Komm. Ah. Unsichtbar. Ist ja nice. So. Zum Glück bleiben uns unsere Abilities erhalten. Also unsere Münzen. Wir können eigentlich schon zum Exit wandern. Jetzt haben wir aber unsere. Äh. Unser Lobby verloren. Ja. Den haben wir natürlich durch den Tod einbüßen müssen. Aber ist alles gar kein Beinbruch. Na. Wie gesagt. Wir wollen es geschillt durchspielen. Ohne großen Stress. Dum 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 dum. Es gibt ja auch einen Stressless Mode im Super 4KD. Aber wie gesagt. Die alte Grafik. Die finde ich einfach nochmal. Ein zocken Gäuler. So. Bambam. 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 Vor allem der epische Soundtrack. Soundtrack. Das war doppelt. Ich weiß. So. Jetzt haben wir noch ein paar Münzen. So. Ähm. Ne. Doftig will ich nicht. Ah. Ah. Das will nicht mehr Zucker. Hiiii. Gut. Wir haben ja ein paar Möglichkeiten hier rüber zu kommen. Super. Genau. Brr. 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 Mann. Da haben wir Welteinze schon fast geschafft. Ist er der Wahnsinn. Was ist der blanke Wahnsinn meine liebene Freunde. Der blanke Wahnsinn. So? 73 brauchen wir? Okay. Dann versuchen wir mal. Die Bienen. Die Bienen. Auf der schönen Grün purse. naja grün sind wir ja auf jeden fall so das war jetzt so die scheiße glaube ich na gut dann pfeifen wir jetzt einfach mal auf die scheiß bienen da gehen wir hier lang so mein blauer freund was macht superfrog eigentlich mit dem ganzen obst was er hier einsammelt na keine ahnung er macht sich ein riesen obstsalat okay alles gleich lass es der war flach der war flach flacher als das platt land so da haben wir ein drink orange shoes oder was keine ahnung so hier schon das exit schau mal einer schlau ich glaube es gibt sogar auch ein trainer mit dem man war sie ab anfang schon alle münzen hat aber hey was haben wir dann davon gar nichts wir wollen spaß spaß den wollen wir haben das ist so schön so die bienen die bienen machen wir so fertig so was bist du denn für ein monkey okay bist du auf dem trampelpfad schwein gehabt sollen wir hier glatt in die stacheln gefallen dann eben hier hoch so ach ja wir haben irgendwas eingesammelt mit dem wir jetzt auch fliegen können ich glaube sogar das ist diese flasche so so ich sehe ich sehe ich sehe so flying froggy wow 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 wow, da war wohl nix Ach ja, kann passieren. 24 Münzen brauchen wir noch. Jetzt sind wir hier wieder, oder? Ja, ich glaube, hier waren wir schon. So, dann wollen wir nochmal nach oben wandern. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Gucken wir mal. 24 noch. Das ist nicht wenig, würde ich sagen. So. Jumping Jack Frog. Wunderbärchen. Oh, hier gibt es ja noch Coins. Oh, ein Ende. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir wollen ja nichts. Ah, passen. Gut. Damit sollten wir das jetzt haben. Und jetzt muss man bloß noch das Exit. Mal schauen, wo das war. Weg, 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 weg. Dort sind Stacheln. Na? So, hier ist ja nichts mehr weiter. Alles Klärchen. Gut, dann müssen wir mal ein bisschen abchecken hier. Ach, da lang, da lang. Iiii. Der Igel macht Pieks. Und Froggy sagt, weiter geht's. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Hui. Noch geht's gut voran, würde ich sagen. 96 brauchen wir. Gucken wir mal. Kriegen wir doch hin, oder? Na klar. So. Komm schon. Ach, wenn man diese, diese, diese Flügel einsammelt, dann kann man logischerweise fliegen. Ui. Und nach unten sowieso. So. Ah. Ne. Die will ich schon mitnehmen? Tschüss. Das geht gar nicht. Okay. Ah, ja. Wow. Na, weil man hier mal nicht gut abstauben kann. So. So. Da komm schon einmal. Komm. Jetzt gibt's die Banane. Banane. Falsches Spiel. Oh. Ein Mogelbaum. Ja, ja. So. Da, da, da. Superfuck. 51 noch. Na, kriegen wir die noch zusammen? Ach, klar. So. So. Jetzt einmal. Ach, die kriegen wir gar nicht weg. Gut. Gut. Ich möchte nicht unbedingt in die Stacheln da rein. So. So. War da was? Aha. Ah, ah, jump. So. So. Was bist du denn? Wow, 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 Hier muss man schon ganz schön aufpassen, wo man hintritt. In jeden Fall geht es in diese Richtung zum Exit. Okay. Immer diese Bienchen. Immer diese Bienchen. Na ja, der grüne Grüne Wald. So. Oha. Hier geht es ja ab. Hier geht es ja ab. Konnten das nicht alles schöne Coins sein? Nein, es mussten... Nein, es musste Obst sein. So, jetzt müssen wir echt mal gucken. Gehen wir jetzt... Wir versuchen es einfach mal Richtung Ziel zu gehen. Gucken wir mal, ob wir da den richtigen Weg finden. So. Ah, hier ist es. Alles klar. Da geht es doch bestimmt rein. Das sieht doch schon so verdächtig. Komischer Froggy. Froggie. Dankeschön. Ah. Uh. Eine Goldada. Wow. Ah. Komm. Nochmal. Nochmal. 26 noch. Okay. Das Ziel ist aber auch nicht mehr weit. Wir haben es ja schon gesehen. Super Frog. Sup. Ich glaube, es sind immer vier Level pro Welt, die wir bestreiten müssen. 15 noch. 14. Komm schon. Ach so, auf den Wolken können wir stehen. Aha. Okay, das ist mir neu. Das ist mir neu. Hätte ich das mal gewusst. Hätte man ja ganz andere Sachen machen können. Hm. Da liegt noch so eine einsame Banane. Kommt man jetzt hier rauf? Nee, können wir nicht. Aber wir können aber nicht auf alle Wolken. Okay. Zwei. Oh. Perfekt. 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 Komm. Komm jetzt hier so zurück. Oh. Das wäre ja... Wäre ja nicht auszudenken. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Hm. Oh, was ist hier noch? Hier gibt es doch noch richtig Mammon. Oh. Das habe ich noch alles verpasst. Ist ja der Wahnsinn. So. Dann gibt es... Ai, ai, ai. Danger. Ja. Das sehe ich auch so. Das sieht gefährlich aus. Dann werden wir da mal lieber nicht hingehen. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir jetzt am besten zum Goal kommen. Ah, das ist schön. Ab zum Ziel, Mann. Ab zum Ziel, super Frog. So, jetzt sind wir hier wieder, oder? Hier waren die Stacheln, ne? Genau. Gut. Gut, gut. Müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Da hat er uns abgeballert. Oh, wie kann er nur? Irgendwie hier runter? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Na, schauen wir mal. Lass mal weg mit euch. So. Autsch. So. Hier runter müssen wir bald zum Ziel kommen. So. Ah. Froggy. Ah. So, hier hoch. Na ja, geht's gut. Wir werden's schon finden. Wir werden's schon finden. Auf jeden Fall waren wir hier schon. Na? Woran erkennen wir das? Na? Hier ist alles abgegrast. Autsch. Das war knapp. Sollte man nicht allzu oft machen. So. Super. 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 Und... Suppen, Kaspar. Ja. Ja, noch sind die Level ja relativ, nennen wir sie mal klein. Hier ist das Exit. Hier ist das Exit. Und... Damit haben wir's geschafft. Okay. Alles klar. Ah. Oh, das Spooky Castle. Sehen wir am nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.